Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind auf unserem Hauptaccount und heute wollen wir mal kein Spielchen machen. Wir wollen jetzt mal ein bisschen Teams bauen und zwar nicht nur eins. Also wir bauen auf jeden Fall zwei Teams. Allerdings bei dem einen Team, nämlich bei dem Gold Team, da könnt ihr euch schon denken, was das andere ist, nämlich Silber. So, bei dem Gold Team sind ein paar Spieler vorhanden, beziehungsweise ich weiß gar nicht mehr, was ich da bauen wollte. Ich habe nämlich jetzt nur das Silber Team hier offen, aber ich habe das glaube ich noch so einen Ticken im Kopf. Wie nenne ich denn das mal? Ich nenne das einfach mal Bashen. Bashen und gut ist die Sache. Bashen. So, Bashen. Total schwuler Begriff eigentlich, aber wir bashen jetzt mal damit. So, und in diesem hübschen Bashen Team spielen wir natürlich wieder 4-4-1-1. Ihr kennt den Massive mittlerweile. Der hat immer mal so kurzzeitig seine Lieblingsformationen und dann baut er einfach alle Teams damit. Aber das ist gar nicht mal so schlecht. Vor allem auch wegen dem Silber Team, weil da haben wir eine ganz gute... Ja, wie soll ich das nennen? Ja, es ist ganz hübsch, weil wir da verschiedene Pärchen testen können. Aber darauf komme ich dann später noch. Wir wollen jetzt erstmal hier, wie gesagt, dieses Gold Team bauen. Scheiße, was wollte ich denn da bauen? Ich muss jetzt nochmal kurz überlegen. Hier, hier, hier ist klar die Seite. Hier vorne weiß ich es auch noch. Hier wird es schon wieder ein bisschen enger. Ich glaube aber auf jeden Fall, hier müsste... Genau, Touré stehen. Den haben wir auf jeden Fall. Hier steht, glaube ich, Klischee. Auf dieser Position steht, glaube ich, Company. Und so müsste das jetzt schon mal stehen. Auf jeden Fall. Den Rest... Ach nee, ich glaube, den... Doch, genau. Und hier, den haben wir nämlich auch noch. Nämlich den Herrn Kuhn. So. Die restlichen müssen wir allerdings kaufen. Glaube ich, ich gucke nochmal ganz kurz nach. Nicht, dass wir die noch rumpömmeln haben, aber sieht mir nicht danach aus. Hier auch nochmal kurz geguckt. Nee. Und den sowieso nicht. Und den auch nicht. Und den auch nicht. Gucken wir hier nochmal ganz kurz. Nee. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, kaufen wir die doch mal. Und zwar auf dem guten alten Transfermarkt. Und was brauchen wir jetzt? Kaufen wir erstmal Innenverteidigung und Torwart. Beziehungsweise erstmal den Torwart, weil der ist sogar relativ teuer. Und zwar heißt er Manuel Neuer. Wir werden erstmal den normalen kaufen. Kein Team of the Year oder sonst irgendwas. Den Team of the Year werden wir auch nochmal spielen. Kein Ding. Aber erstmal kaufen wir den normalen. Weil ich will das Team erstmal testen. Erstmal gucken, ob das sauber läuft. Weil beide Innenverteidiger Medium, Medium Workrates. Und der Massive, der ist ja so ein Workrate-Fetischist. Und dann weiß er nie vorher, ob das Team klar geht. Deswegen erstmal testen und dann sehen wir es. Okay. Kostet ein bisschen mehr. Ich glaube, ich muss mal meinem Hund kurz den Knochen abnehmen. Aber erstmal jetzt hier irgendwie mal einen Preis finden. Alter Vater. Der ist aber ganz schön in die Höhe gegangen. Alter. Das gibt es doch nicht, oder? Für einen Torwart finde ich das schon ganz schön happig. Naja. Das kann aber jetzt nicht sein, oder? Also das glaube ich ja jetzt schon fast gar nicht. Der ist doch nicht über 100.000. Ne. Das hätte mich auch stark gewundert. Ich meine, es ist immer noch teuer. Aber das ist mal ein bisschen sehr krass. So. Dann machen wir da mal hier so 80.000 oder sowas in die Richtung. Dann sollte das ja klar gehen. Ne. Nach unten ist es. Wäre schon mal ganz angebracht. Also 82.000 habe ich auf jeden Fall eingesehen. Machen wir mal 81.000. So dolly. Da finden wir immer noch massig. Sehr schön. 78.000 habe ich gesehen. Gehen wir mal so auf 75.000 nochmal. Und da gibt es immer noch welche. Sehr schön. Zwei Stück. Beide 75.000. Beide ganz gute Verträge. Clove und Shield. Ich glaube, ich nehme hier den Clove. Ja, komm. 75.000. Komm mit, Kollege. Geht klar für ihn. Muss schon mal sein. Ich überlege jetzt gerade, ob ich auch alles richtig mache. Doch. Ja, doch. Stimmt alles. Weil, wie gesagt, das habe ich nur noch so ein bisschen halb im Kopf, dieses Team. Aber es sah mir ganz nett aus. Und ich wollte mal eine, beziehungsweise zwei bestimmte Spieler mal wieder spielen. Und deswegen kam das so zustande, das Team. So. In die Innenverteidigung kommt der gute alte Jerome Boateng. Ja, ich habe ihn schon des Öfteren genutzt. Er hat mich nicht so überzeugt wie noch zu FIFA 13 Zeiten. Aber irgendwie dann doch noch der Beste von Bayern. Also Dante ist bei mir voll scheiße gewesen. Der hat sich irgendwie... Ich weiß nicht, der war irgendwie so richtig träge. Er hat sich voll überlaufen lassen und alles. Und ich weiß nicht. Das war irgendwie überhaupt nicht mein Ding, der Kerl. Aber was willst du machen? So, machen wir so 1,5. Ne, gab es ja nicht, ne? 1,6. Gut, 1,6 gibt es was. Und da gibt es einige. Gucken wir ganz kurz durch. Chemistry Style geben wir ihm selber. Deswegen da achte ich jetzt mal nicht drauf. So. Noch nichts Interessantes dabei gewesen. Ne. Die sind irgendwie alle halb tot. Aber das ist meistens bei diesen sehr billigen Spielern so. Ich meine teure Spieler, die kriegst du meistens mit sehr vielen Verträgen. Aber diese Billig-Hampel hier eher nicht so. So, da gibt es zwar... Ja, hier, komm, wir nehmen den hier. Der ist zwar halb tot. Obwohl, nee, das will ich nicht. Nicht, dass er dann so halb tot für mich spielt. Nein, eigentlich passiert das nicht. Aber ich habe dann immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich so einen halb tot nehme. Dann nehme ich mir lieber hier so einen schönen 8,990er mit. Vielleicht gibt es auch noch einen besseren. Aber ehrlich gesagt habe ich keinen Bock jetzt noch weiter zu blättern. Deswegen nehme ich den einfach mal mit hier. Ist, glaube ich, auch Basic. Das heißt, wir können ihm dann irgendeinen Style geben. Jo, ist Basic. So, komm mal mit, Kollege. So, Dolle. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch den Rechtsverteidiger für die Abwehr. Dann steht die schon mal. So, gehen wir raus. Kollege. Ja, ganz viel Kollege habe ich heute. Ich weiß nicht. Ich habe immer irgendwelche Worte, die ich dann das ganze Video übernutze. Aber so ist er halt, der Massive. So, Lukas Piszczek ist unser Außenverteidiger. Ja, nicht der Fipsi. Tut mir leid. Aber der Kerl, der kommt mir erstmal nicht mehr ins Haus. Als Rechtsverteidiger auf jeden Fall. Vielleicht dann als Team of the Year Edition mal. Aber aktuell ist er nicht eingeplant. So, mal gucken hier. 5,9 rum. Ne, 6.000 müssen wir anscheinend schon zahlen. Aber 6,1. Na, zeig mir jetzt mal einen Kollege hier. So, Basic. Piszczek. Was würde ich ihm geben? Ich glaube, ich würde ihm Anker geben. Oder? Ich glaube, ich gebe ihm hier, Dings, Shadow. Einfach immer Pace draufkloppen. Und ja, ich glaube, ja, Shadow haben wir eigentlich auch noch rumliegen. Ja, dann können wir den eigentlich nehmen. Ich gebe ihm einfach eine Shadow-Karte von mir. Ja, und da ist er schon weg. Wo ich gerade gesagt habe, wir können den ja eigentlich nehmen. So, dann gucken wir mal bei 6,2. So, da haben wir noch einen Architekten, aber da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Nehmen wir hier mal den 6,2. Alle 6,2. Dann ist er prinzipiell der Beste, der Architekt. Weil er hat die meisten Verträge und dazu noch die meiste Fitness. Also zwischen den zwei Siebener-Verträgen, Leute. Na, kannst du den jetzt mal hier kaufen, bitte? Danke. Ja, okay, jetzt wurde er anscheinend schon gekauft. Gut, dann nehmen wir dann doch den hier. Okay, der wurde auch gekauft. Dann nehmen wir den hier. Und den kriege ich jetzt anscheinend, oder? Ja, vielen Dank, FIFA, dass du mir jetzt auch einen Spieler abgibst. So, Piszczek ist auch am Start. Und jetzt brauchen wir natürlich noch... Wir brauchen noch ziemlich viele Spieler. Ein ZM und beide Flügel und einen Stürmer. Aber jetzt erst mal ganz kurz die Abwehr aufgebaut. Und dann geht es weiter. Ich überlege gerade, was ist denn das eigentlich für ein Video? Das ist, glaube ich, schon das Abendvideo, ne? Ach, können wir ja mal richtig lange ziehen hier, das Ding, oder? Oh, scheiße. Ich glaube, ich habe nämlich gerade darüber nachgedacht. Ich glaube, das Mittagsvideo war relativ groß. Ich muss das natürlich immer so ein bisschen abpassen. Eigentlich klappt es immer, wenn ich... Ja, so wie ich aufnehme, klappt es. Aber manchmal muss ich dann echt ein bisschen nachdenken, dass ich die Videos nicht allzu lange mache. Aber beim Teambuilding ist es nicht unbedingt so schlimm. Weil beim Teambuilding kann ich immer die Renderqualität einen Ticken runterstellen. Da stelle ich nämlich die Qualität für die Gameplay-Videos lieber ein bisschen höher. Und ja, das sieht dann immer noch gut aus. Deswegen passt das eigentlich. So, Piszczek jetzt hier auf die Seite. Und ja, so steht die Abwehr. Hier vorne Mittelsturm seht ihr schon. Und den Herrn Touré seht ihr auch. Und jetzt kaufen wir mal ZM und rechtes Mittelfeld. Und das wird relativ teuer. Und dann könnt ihr euch wahrscheinlich denken, was da hinkommt. Ist auch ganz und gar nicht schwer. Als erstes kaufen wir nämlich mal das Schweinchen. Weil ich will ihn unbedingt mal wieder spielen. Er hat nämlich eigentlich ziemlich nice Werte. Und diese Formation könnte so richtig was für ihn sein. Warum, das sage ich euch gleich. Das zeige ich euch direkt in der Formation. Weil sonst hatten wir ihn ja, glaube ich, nur einmal ZDM und einmal ZM im 433 benutzt. Und ich muss sagen, im ZM im 433 war er schon viel besser als im ZDM. Aber ich glaube, diese ZM-Position ist jetzt noch mal besser. Und ja, deswegen bin ich mal gespannt, wie er sich da so schlagen wird. Sagen wir mal 75,5. Mal gucken. Ja. Da gibt es noch einiges. Sehr schön. 74 können wir auch noch runtergehen. Gut. Der ist ein bisschen günstiger geworden. Nicht viel, aber ein bisschen ist er günstiger geworden. Scheiße. Jetzt mach ich ja schon wieder 75.000. Ja gut. Gehen wir nochmal raus hier. So. 74.000. Jetzt aber. So. Da haben wir zwei Stück. Der eine ist weg. Engine ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, ich nehme direkt mit. Ja komm, Basti, 74K passt für dich, mein Junge. Engine kann man, wie gesagt, eigentlich direkt drauf lassen. Ist, glaube ich, ein bisschen Pace, ein bisschen Pass und was noch? Tripling? Ja, genau. Pace passt, Tripling. Jo, das passt doch. Ich meine, er hat ja eigentlich überall gute Werte. Außer der Pace, der ist halt nicht so überragend. Aber ansonsten sehen die Werte wirklich sehr, sehr stark aus. Und ja, deswegen, mal gucken, ob er sich in der Formation besser schlägt. Jetzt kommt der teuerste Mann auf den Platz. Und das ist natürlich Arjen Robben. Nicht Robert Lewandowski, sondern Robben. So, da ist er, der Arjen. Und was gehen wir für den Junge aus? Hm. Ich glaube, gestern habe ich geguckt, da war so bei 380.000. Glaube ich. Ich kaufe jetzt auch schon wieder zu einer total behinderten Zeit prinzipiell ein. Nämlich Sonntagnachmittag. Also, wo schön alle online sind. Und wo die Preise eh nicht so pralle sind. Aber naja. Okay, 370. Gut, dann bin ich aber schon mal froh, dass ich ihn nicht Samstagabend, nämlich gestern Abend, gekauft habe. Weil ich glaube, da war er auf 380. So sieht der Preis mir relativ gut aus. Oder das war gestern schon wieder ein Anzeigefehler. Weil ich glaube kaum, dass der jetzt schon wieder um 20.000 einfach mal so über Nacht gesunken ist. Das wäre schon ziemlich krass. Gut, hier haben wir 360, 359. Wir brauchen rechtes Mittelfeld. Dead Eye würde ich ihm sowieso geben. Deswegen nehme ich den einfach mit. 360.000, finde ich, geht für den Jungen auch klar. Deswegen jetzt hier keine langen Umschweife und den Kerl einfach eingepackt. Gut ist die Sache. So, dann kommen wir mit, Schätzchen. Irgendwann mal. Wir brauchen nämlich auch noch ein bisschen Zeit für Silberteam, mein Kleiner. So, weil das Silberteam müssen wir natürlich komplett kaufen. Und nicht nur einzelne Positionen. So, ich würde sagen, wir kaufen jetzt direkt auch noch den linken Mittelfeldspieler und den Stürmer. Der Stürmer, ja, hatet mich. Aber ich will in den Sturm Benteke stellen. Man könnte auch Eto reinstellen. Aber Benteke, ich finde, in dieser Formation muss so ein richtiger Tank da vorne rein. Und ehrlich gesagt, das, was sich linken lässt, da ist eigentlich nur Benteke ein richtig geiler Tank vorne drin. Und Benteke ist einfach so verdammt OP. Und deswegen will ich ihn einfach so verdammt gerne da vorne drin haben. Wir können vielleicht in dieser Formation allerdings auch noch den lieben Herrn Eto Inform testen. Der ist ja jetzt, der ist im aktuellen Team of the Week, ne? Ja, doch, der ist im aktuellen. Da können wir den natürlich auch mal testen. Ist ja gar kein Problem. Aber jetzt erstmal hier für dieses Team Benteke. Beziehungsweise, was heißt, wie gesagt, also in diesem Team können wir natürlich auch Eto Inform testen. Aber jetzt erstmal Benteke. So wollte ich es ausdrücken. So drücke ich es aus. So, Benteke, 18 Verträge, 96 Fitness mit Hunter. Ab mit dir, Kollege. Na, komm, push dich. Lukaku würde da auch reingehen. Prinzipiell. Könnte man natürlich auch den Inform reinstellen. Aber ich muss sagen, ich habe beide gespielt. Und Benteke ist halt unglaublich OP. Der hat einen krassen Schuss. Der hat einen krassen Kopfball. Der hat einen krassen Körper. Der kann irgendwie alles. Ist ganz, ganz seltsam. Und Lukaku war auch stark. Aber er war auf keinen Fall stärker. Meiner Meinung nach. Und ja, deswegen sieht man Benteke halt auch so oft. Weil er halt einfach so stark ist. Ich meine, wenn man einen Spieler sehr häufig sieht, dann sollte man mal drüber nachdenken, ob man den nicht vielleicht mal testen sollte. Weil das hat meistens schon seinen Grund. So, Eden Hazard wird unser linker Mittelfeldspieler. Den hatten wir ja auch mal relativ kurzfristig. Mit Persi im Sturm. Und ich glaube, auch Robben als Winger. Stimmt. Ich glaube, das war auch so. Irgendwie so in die Richtung. So. Ich glaube, irgendwie schon wieder, der zeigt mir nicht den richtigen Preis an, oder? Ich glaube, da müssen wir jetzt erstmal... Machen wir erstmal hier Gold vielleicht noch. So. Und jetzt zeigen wir mal den richtigen Preis. Oh, das scheint echt der richtige Preis zu sein. What the fuck? Hat der irgendwas Tolles gemacht? Oder hat der einen Inform bekommen? Oder sonst irgendwas? Hazard hat aktuell auf keinen Fall einen Inform. Also jetzt im aktuellen Team of the Week natürlich. Er hatte schon einen. Ich weiß. Aber... Wieso ist der denn so teuer? Das kommt mir ein bisschen komisch vor, ehrlich gesagt. Ich gucke mir mal ganz kurz auf UTT den Preisverlauf an. Weil, ähm... Ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie 50.000 zu viel zu bezahlen. Weil ich habe irgendwas im Kopf, dass er zum Team of the Week auf 120.000 war oder so. Und dann jetzt wieder über 80.000 nach oben. Das, äh... Kommt mir schon komisch vor. Aber ich gebe mir jetzt mal hier ein. Und dann gucke ich mir mal den Preisverlauf der letzten drei Tage an. So, ja. Er schreibt mir hier auch. 205.000 ist der billigste aktuell. Jetzt muss nur mal der Preisverlauf laden. Okay. Ja gut. Das scheint aber so zu sein. Ich meine, er ist teilweise dann runter auf 190.000. Aber dann ist er hier auch teilweise immer auf 210.000 gewesen. Und jetzt, ich würde mal sagen, über die letzten 24 Stunden. Ja, man sieht es halt am Wochenende. Ja doch. Also ich glaube, man kann da schon zuschlagen. Scheint so zu sein. Okay. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass er wirklich so viel kostet. Da können wir dann vielleicht mal bieten. Ja, das ist eigentlich scheiße. Weil ich habe irgendwie Schiss, wieder gebammt zu werden. Eigentlich kaufe ich am liebsten nur noch sofort. Alter, jetzt ist nur noch einer da. Hm. Soll ich den vielleicht schnell kaufen? Den müsste ich jetzt aber auch noch umstellen und alles. Ah, ich gucke jetzt mal ganz kurz, ob wir vielleicht einen erbieten können. Ich glaube, das Video wird echt ein bisschen länger. So, jetzt gucken wir nochmal hier. Eden, wo ist er? Machen wir mal. Das müsste reichen, ja. Da ist er schon. Hazard. Jetzt gucken wir mal. Also 207.000 rum scheint er zu kosten. Hier ist sogar schon 210.000 drauf geboten. Happy Birthday, Kollege. So, das sieht mir eigentlich nicht nach Bitbomper aus. Hat zwar schon 5 Besitzer, aber 5 ist eigentlich nicht so auf Bitbomper Niveau. Der wäre natürlich schon linkes Mittelfeld und Maestro. Das könnte man direkt drauf lassen. Ah, komm, bieten wir mal hiermit 201.000. Ich gucke mir jetzt genau die Zahl an und absenden. So. Machen wir das mal ganz gechillt. Und wenn ich den hier nicht bekomme, kaufe ich ihn einfach sofort. Dann ist auch Latte. So, 202.000. 203.000. Ja. Okay. Äh, da hat er mich dann... Hä? Ich meine jetzt einfach mal 205.000. Direkt. 205.000. Ja. Gut. Äh, nimmt er irgendwie nicht so ganz an. Doch, jetzt bin ich Höchstbietner. Okay. Und mal gucken. Geht ein Gebot noch drüber? Bin ich mal gespannt. Ja. Ist noch eins drüber gegangen. Scheiß drauf, wir kaufen den sofort. Wie gesagt, das hat keinen Sinn hier zu bieten. Äh, gehe ich jetzt mal ganz schnell wieder hoch auf die 208.000 oder was es war. Und dann nehmen wir uns einfach irgendeinen mit. Ist auch scheißegal, ob er hier ein linker Stürmer ist oder sonst irgendwas. Ich nehme den dann einfach mit und stelle ihn zur Not um. Gut, ist die Sache. So, drei Stück jetzt auf einmal wieder drauf. Ja, ja. Irgendwie. War da jetzt noch? Da kam, glaube ich, schon wieder ein neuer dazu. 208.000, 207.000, 208.000, nee. Gut, haben wir einen guten Schnapper gemacht. Ich meine, wegen EA-Gebühr werden wir da trotzdem keinen Gewinn machen, wenn wir den für 210 oder so verkaufen, aber es passt schon, obwohl 200.000 sind 10.000 knapp EA-Gebühr. Ja, okay, gut. Ähm, also plus minus null ist aber auch okay. So, jetzt stelle ich endlich mal das Team auf. Ich labe hier alles rum. So, und dann sieht die ganze Sache nämlich so aus, dass der Eden, äh, ach so, der war Flügel, ne? Machen wir mal linker Flügel. So, und da ist der Ede. Ah, Chlawezi, was drängst du dich denn immer vor, ey, Kollege? So, hat leider auch ein 85er-Rating. So, jetzt aber richtig, linker Flügel und da ist der Hazard. Jetzt haben wir es. Hier vorne in den Sturm kommt dann der liebe Herr, äh, Ben Ticke. Jaja, 79er, muss immer in so einem Team dabei sein. Hier kommt da Arjun hin und hier kommt da Basti hin. Da, 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 da ist er. Sehr schön. So sieht die ganze Sache aus. Natürlich alle volle Chemie, wie ihr hier entdecken könnt. Hier der Eden, dem gebe ich nochmal hier eine schöne Umformungskarte. Stellungsspiel, linker Flügel, linkes Mittelfeld sollten wir noch am Start haben. Ja, linker Flügel, linkes Mittelfeld, da haben wir es. So, jetzt gucken wir mal, was geben wir denen für eine Karte. Meist ist Premier League, also mache ich einfach Premier League Trainer rein. Hier haben wir sogar einen Deutschen. Ja, da haben jetzt alle außer Piszczek und Robin. Die brauchen halt noch ihre Loyalitätsspiele. Ja, ich würde mal sagen, sieht nice aus. Also es könnte sich relativ gut spielen lassen. Da ging es mir jetzt nicht um ein heftiges Hybrid. Aber ich habe mir gedacht, Schweinsteiger könnte in dieser Formation ziemlich geil sein. Und weil hier in dieser Formation die Außen auch relativ wichtig sind, könnte Robin auch ganz gut abgehen. Ich denke mal, wir werden nebenbei nochmal ein Team bauen, wo der Robin dann als Winger spielt. Aber jetzt erstmal ganz kurz im Mittelfeld. Das Einzige, was mir ein bisschen Angst macht, sind die Work Rates. Mit hier hoch gering und hier genauso hoch gering. Also, und hier in der Mitte ist halt echt nur Touré, der richtig nach hinten arbeitet. Schweinsteiger natürlich auch ein wenig. Aber ich gucke mir das mal an. Wir testen es einfach mal aus. Und wenn es in die Hose geht, ist auch gut. Dann wird es halt wieder verkauft. Gut ist die Sache. Man kann sowas halt vorher nie wissen. So, und jetzt gucken wir mal hier weiter. Und machen jetzt endlich unser Silber-Team. Und das nennen wir einfach mal Sil. Sil, passt. Und schon wieder so viele Teams. Alter Vater. So, Sil. Ah, mein Hund schnarcht hier vor mir rum, ey. Er hat auch was geraucht. So, 4-4-1-1. Passt. Und ja, können wir direkt loslegen. Weil, wie gesagt, da haben wir natürlich noch keinen Spieler. Und jetzt mache ich das auch erstmal aus dem Kopf heraus. Ich meine, im Nachhinein kann ich ja dann nochmal nachgucken. Ich habe das Team irgendwo hier offen. So, unser Torhüter wird Fährmann. Es ist so ein kleines Drei-Ligen-Hybrid. Keine Ahnung, wie viele Nationen. Aber ist ein bisschen hybridisch. So, Ralf Fährmann. Den werden wir als Tor... Alter, Nando, ey. Es ist jetzt aber gut. Der schnarcht hier rum, ey. Das ist nicht mehr feierlich. Und vor allem, er legt sich immer irgendwie, wenn ich aufnehme, vor meine Füße. So, nehmen wir mal hier 2,5k. Ja, da finden wir was. So, 2,2 haben wir hier hinten. 7,99 basic. Ja, komm, ab mit dir. Der liebe Ralf heißt ja, ne? Ralf Fährmann. Der Ralle von Schalkern. Ja, ja. Als alter Dortmund-Fan kaufe ich mir auch mal einen Schalker Torhüter. Habe ich keine Probleme mit. So läuft das. Ja, ich habe erst überlegt, Unterstall, Fährmann. Aber Fährmann hat halt einfach den um Längen besseren Abschlag. Deswegen habe ich mich für ihn entschieden. So, Innenverteidigung geht's los mit Kirchhoff. Der wird da stehen. Ich wollte eigentlich erst Gips, äh, Brooks, nicht Gips, äh, Brooks da stehen haben. Aber das hat nicht so ganz gepasst. Da hätte ich dann nochmal was umstellen müssen. Und deswegen, ähm, habe ich das erstmal gelassen. Mal gucken, was der so kostet. 1,8, ne? Ich denke mal schon so 2,5, oder? Wollen wir mal so 2,5.000? Vielleicht auch 3,000? Ich habe keine Ahnung. Ich habe den einmal geholt gehabt. Ich glaube, da war er noch auf 2,5 oder so. 3,6. Ne? Ne, der will hier nicht. Oder er zeigt mir schon wieder einen falschen Preis an. Das kann natürlich auch sein. So, da haben wir jetzt 3 Stück. 4,1, 4,1, 3,7. Hier ist er allerdings als Anker. Ich glaube, das ist ganz nice. Ja, den nehme ich so mit. Anker passt ganz gut. Und für 400 mehr Anker ist ganz gut. Weil Anker kostet, glaube ich, alleine über 1.000. Deswegen passt das. So, Kirchhoff, komm mal mit, Kollege. Ab mit dir. So, wer war nochmal? Unser Linksverteidiger. Da muss ich mir den Namen nochmal angucken. Das tut mir leid. Den habe ich vergessen. Den Namen. Ich glaube, Schulz. Ja, Schulz. Gut. Unser Linksverteidiger ist Schulz. Wie ich eben schon sagte. Kaufen wir den Herrn also auch mal. So. Habe ich jetzt auf den Kirchhoff geboten? Scheiß drauf. Ich gucke jetzt erstmal. Ich weiß nicht. Irgendwie. Ich war gerade verwirrt. Da wurde doch Kirchhoff irgendwie mit so einem grünen Rahmen angezeigt. Aber habe ich den nicht eben auch in den Verein gemacht? Ja, ich bin ein bisschen sehr verpeilt. Wie ihr bemerkt. So. Das ist der falsche Schulz. Scheiße. Das ist ja logisch. Ist ein 75er. Das kann natürlich kein Silberspieler sein. So. Nico Schulz. Das wird er sein. Ja. Das ist er. Ja. Ist eine kleine Pace-Nutte. Aber. Muss halt sein. So. Ach scheiße. So viel wird der nicht kosten. So 3000. Ist glaube ich der Pace-Sigste Linksverteidiger aus der Bundesliga. Deswegen kostet er bestimmt noch ein Ticken. Obwohl er nur ein 69er Rating hat. Also ist jetzt nicht überragend. Vielleicht stelle ich da auch noch Panda hin oder Rausch oder so. Muss ich mal gucken. Aber jetzt erstmal den Schulzi hier testen. So. 4000. Weil ich glaube den haben wir auch noch nicht getestet. So. Schulz. 3000. Habe ich gesehen. Wieso hast du mir eben bei 3000 keinen angezeigt? Kollege. Alter. Fuck mich doch nicht ab. So. Jetzt haben wir es aber hier. Und da haben wir vier Stück. Alle 2,9. Gucken wir mal. Chemistry Styles haben alle keinen drauf. Dann nehmen wir den mit. Mit 7,95. Jo. Den nehmen wir mit. Alles klar. Schulz eingepackt. Jetzt zuweisen. Ab geht er. Komm. Pushen. Ach Kollege Alter. Mach jetzt nicht so Faxen hier. So. Schulz. Und jetzt wechseln wir dann auch mal in die nächste Liga. Nämlich das wäre die rechte Verteidigerposition und die Rechtsverteidigerposition. Also die rechte Innenverteidigerposition und die Rechtsverteidigerposition. Und der rechte Innenverteidiger wird Perez. Ja. Was ist denn der nochmal? Ich glaube 73, 71 glaube ich sogar nur. Ich glaube ich muss hier scheiße. Ich glaube ich muss hier nochmal ein Z hin machen. Perez. So. Jetzt müsste es dann hoffentlich klappen, dass ich bis 71 runterkomme. Ja. Ich glaube er ist ganz am Ende ist er noch drin. So. Na. Nochmal. Ich glaube das ist er. Ja. Das ist er. Sehr schön. Enrique Perez. Ich habe keine Ahnung mehr was er kostet. Aber es ist dieser überpaste Innenverteidiger aus der mexikanischen Liga. Aber ich glaube der hat 91 Pace oder so. Für einen Innenverteidiger. 90 Pace. Ist halt auch nur 1,74 groß. Scheiße. So genau habe ich mir das noch gar nicht angeguckt. Ich habe mir eigentlich nur die Work Rates angeguckt und den Pace. Und ich habe mir gedacht. Ja. Wenn er 1,80 ist passt schon. Kirchhoff ist ja die Kante. Aber das ist jetzt schon extrem klein. Ich meine da könnte prinzipiell jeder mexikanische Innenverteidiger aus der mexikanischen Liga hin. Deswegen. Vielleicht filter ich nochmal ganz kurz hier offscreen. Ich gucke mal ganz kurz. So. Position hätten wir dann Innenverteidiger. So. Level hätten wir dann Silber. Und jetzt machen wir noch die Liga. Und das ist die Liga Bankomere MX. Komm. Hat er jetzt gefiltert? Ne. So. Jetzt haben wir es. So. Was haben wir denn da? Da haben wir noch. Ich mache jetzt erstmal hier nach Preisfiltern. Weil dann hat man meistens auch die beliebtesten oben. Nicht immer. Aber manchmal. So. Da hätten wir. Da hätten wir. Perez. Ja. Das ist klar. Dann gibt es noch Marquez. Aber der 43 Pace. Das wird dann auch ein bisschen zu wenig. Dann gibt es noch ein Pimmel oder sowas. Ne. P-P-Pimentel oder sowas. Keine Ahnung. Äh. Hicki oder sowas. Ganz komische Namen. Aber die haben jetzt auch alle nicht so unbedingt die besten Defense-Werte. Boah. Das ist eklig. Gucke ich mir den Hicki hier nochmal an. Aber. Na gut. Der ist 1,84 groß wenigstens. Und Workrates sehen auch nicht schlecht aus. Ach. Wir testen einfach mal den Perez. Scheiß doch drauf. Entweder geht es schief oder es geht nicht schief. Sehen wir ja dann. Wir nehmen einfach mal den für 3,7 mit. Gut. Ist die Sache. Müssen wir jetzt hier nicht lange rumfackeln. Einfach mal testen. Und wenn es in die Hose geht, geht es halt in die Hose. Ist es. Ist dann halt so. Ist ja kein Ding. Können wir ja immer noch umstellen. So. Jetzt kaufen wir den Rechtsverteidiger. Und der Rechtsverteidiger. Ja. Ja. Keine Suche. Ist klar. So. Der Rechtsverteidiger heißt Estrada. Und der sieht hingegen relativ gut aus. Muss ich sagen. Na. Ich glaube hier mache ich nochmal ein R hin. So. Ist der. Ist ein 1,70er. Okay. Aber welcher ist es? Der sieht irgendwie ein bisschen mehr wie ein Ivan aus. Ja. Er ist es auch. Ja. Sorry. Aber der sieht echt ein bisschen aus wie ein Ivan. So. Mal gucken was der so kostet. Ich gucke mal. Ah. Scheiße. Ich habe das Quad nicht gespeichert. Weil ich bin hier gerade auf meinem LP Massive Account. Und ich will das jetzt eigentlich noch nicht abspeichern. Erst wenn ihr das Video dann seht. Oder gesehen habt. Okay. Der kostet auch noch ein bisschen mehr. 3K. Ja. Da kommen jetzt schon einige. Kostet eigentlich doch 2.000. Aber mir wurde es halt einfach mal wieder nicht angezeigt. So. 1,9. 1,9. Immer noch weniger. Alle auf 1,9. Gehen wir nochmal 200er runter. 1,7. Ne. Da gibt es keinen mehr. 1,8. Jo. Gut. 1,8. Und hier haben wir. Ja. 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 Nehmen wir den einfach mit. Scheiß drauf. Wir haben doch Fitness und Verträge. Ist doch Latte. Nehmen wir den einfach. Estrada. Der sieht wirklich gar nicht mal so schlecht aus. Ist glaube ich sogar. Ah ne. Ich sehe das jetzt gerade gar nicht. Ist ja egal. Kann ich auch hier gucken. Oh scheiße. Okay. Wenn ich jetzt die Körpergröße sehe. Finde ich ihn vielleicht doch nicht mehr so toll. Ich habe mir gedacht. Oh. Boah. Guten Pace. Und trotzdem hoch hoch Work Rates. Aber 1,65. Alter Vater. Ja. Vielleicht muss ich da auch nochmal nachlegen. Aber erstmal wird auch er getestet. Dann haben wir da natürlich eine echt pornois kleine Seite. Ob das so pralle ist. Ich weiß es nicht. So. Jetzt gehen wir ans Mittelfeld. Und da bleiben wir mal in dieser Liga. Und da kaufen wir nämlich Dani Linho. Den will ich endlich mal wieder spielen. War einer meiner Lieblingsspieler in FIFA 12. Oh. Alter. Wie viel muss ich denn hier eingeben? Dani Linho. Da ist er. So. Dani Linho. Einer meiner Lieblingsspieler in FIFA 12. Hatte da ja auch den Inform als Stürmer. Der irgendwie übel viel gekostet hat. Achso. Der kostet ja auch nicht so viel hier. Obwohl. Ich glaube der ist auch schon wieder gestiegen. Ich weiß es nicht. Erstmal 3,4 testen. Okay. Dafür kriegen wir einen für 3,3. Ich denke mal das ist gut. Ich nehme einfach mit. Und stelle ihn auf Mittelfeld um. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Ob da eigentlich Mittelfeld oder Flügel ist. Keine Ahnung mehr. Jedenfalls. Ich stelle ihn um. Gut ist die Sache. So Dani Linho. Ab mit dir. Dann kaufen wir den ZM. So. Ja. Danke. Alter. Wir sind schon bei einer halben Stunde. Hätte ich nicht gedacht. Dass das hier so abgeht. So. Salcido. Heißt unser ZM. Soll relativ ordentlich sein. Ich habe ihn persönlich noch nicht gespielt. Und deswegen werden wir ihn mal spielen. Ich glaube der kostet so um die 2k oder? Ne. Hat sich auch schon wieder geändert. Wie gesagt am Wochenende sind die Preise sowieso teurer. 3. 3.100. Ne. 3.5. Na. Na. Kollege. Carlos. Kommste. Ja. Irgendwie hängt es so ein bisschen. Was willst du machen? Hallo. Carlos. Dann bricht doch. Ja genau. Wollte ich gerade sagen. Dann bricht doch wenigstens die Verbindung ab EA. Und dann ist doch die Sache erledigt. Dann kann ich wenigstens neu suchen. So. Salcido. Und jetzt gebe ich einfach mal 4000 ein oder so. Da ist er wieder. Salcido. Und jetzt gehen wir mal direkt auf 4k. Gut ist die Sache. Vielleicht zeigt er mir dann mal freundlicherweise irgendwen an. So. 4.1. Jetzt kommen wir schon. Alter ey. Fick dich doch. Sorry. Jetzt werde ich gerade ein bisschen aggressiv hier. Wie man hier sieht. Diese Anzeigen aktualisieren sich auch nicht. Das heißt hier steht überall 0. Obwohl überall eigentlich was drauf ist. Hier mache ich das nochmal weg. So. Salcido. Noch einmal. Und vielleicht mal ganz kurz ohne Filter. Also ohne Preisfilter. Okay. Tut mir leid. Ich muss hier kurz cutten. Ich hole euch gleich wieder rein. Wenn hier irgendwas wieder geht. Bis gleich. So. Da bin ich wieder. Jo. Ich musste mal das verdreckte Spiel neu starten. Und dann kam ich natürlich wieder rein. Also ich bin. Bin ich rausgeflogen? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall. Ich musste aus FIFA rausgehen. Komplett. Und ja. Wieder neu starten. Dann kam ich seltsamerweise wieder rein. Und gut war die Sache. Und wir wollen jetzt hier weitermachen. Und soweit ich das noch weiß. Waren wir bei Salcido. Salcido. Da ist er. Und jetzt mal gucken. Ob wir jetzt suchen dürfen. Ich bin ja mal gespannt. Weil das habe ich noch nicht wieder probiert. So. Machen wir mal 4K. Ja. So. Okay. Alter. Was ist denn da los? Ich glaube den hatten wir in der Let's Trade Messe auch mal gekauft. Aber da war der nicht so viel wert. Ja. Ey. Das ist. Alter. Meine Fresse. Wieso bekommen die das nicht hin mit den Servern? Ohne Scheiß. Das war bei FIFA 13 aber nicht so krass. Da gibt es ja echt nur noch Probleme. Hier 3, 2. Sowas in die Richtung. Mal gucken. Chemistry Style hat keiner drauf. Ja. Dann sollte ich mich vielleicht. Oh. Hier. Der ist gut. Der hat viele Verträge. Den nehmen wir mit. Es ist auch ZM. Genau. Da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Aber wir brauchen ja auch ein ZM. Und kein ZDM. Aber das passt ja sehr gut. So. Salcido. Dann kommen wir mit Freundchen. Jetzt brauchen wir linken ZM. Und linkes Mittelfeld. Und linkes Mittelfeld wäre ein Spieler, der sich auch häufiger gewünscht wurde. Nämlich Alexander Eswein. Und was der kostet, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass er relativ teuer ist. Also für einen Silberspieler. 17.000. Ne. Müssen wir noch ein bisschen höher gehen. 20.000. Na gut. Aktuell. Wer weiß, was jetzt gleich angezeigt wird. Wahrscheinlich, wenn wir gleich wen gefunden haben. Ich mache mal hier Silber. Dann wird wahrscheinlich angezeigt, dass er 15 kostet. Ne. Scheint mir leider Gottes doch teurer zu sein. Alter Vater. Aber so teuer. Ne. Das kann doch nicht sein, oder? Also das glaube ich ja jetzt ehrlich mal nicht. Dass der 40.000 kostet. Okay. 31.000 rum kostet er anscheinend doch. Das ist natürlich krass. Hätte ich jetzt nicht so erwartet. Aber okay. Dann geben wir halt 31.000 aus. Auch gut. So. 31.000. Jo. Gut. Alle 31.000 hier. Da ist ein linker Mittelfeldspieler. Und den werde ich mir auch mitnehmen. Für 31.000. Gut. Ist die Sache. Scheiß drauf. Ist jetzt kackegal. Vielleicht kostet er eigentlich auch nur 20.000. Ich weiß es nicht. Aber wir nehmen jetzt einfach mal so mit. Gut. Ist die Sache. Wir kriegen schon irgendwie wieder los. So. Alexander Esswein ist also auch mit am Start. Und dann brauchen wir noch einen Deutschen im ZM. Und der heißt Moritz Leitner. So. Leitner. Ich bin eh immer gespannt, wie ich mit dem Mittelfeld klarkommen werde. Ah. Ich weiß es nicht. Sieht mir ein bisschen gefährlich aus. Ich glaube, es haben alle unsere Mittelfeldspieler Medium, Medium. Also ich meine jetzt die Zentralen vor allem. So. 8.000 haben wir gestern einen in der Let's Trade Messe verkauft. Und ja. Anscheinend war das günstig. Weil es gibt aktuell keinen. Okay. Aber nicht zu günstig. So. Hier gibt es einen für 9.000. Ja. Okay. Na gut. Was sein muss, muss sein. Ab mit dir Moritz. Für 9.000. Für 9.000 natürlich. So. Und dann stellen wir jetzt noch mal ganz kurz das Mittelfeld auf. Weil das ist jetzt auch kompletiert. Na komm. Pushen. Kollege. Was ist denn schon wieder los hier ey. Das ist ja unglaublich mit diesen Servern. So. Raus da. Komm. Ab. Da auch noch mal raus. Und jetzt stellen wir dann schon mal die Jungs ins Mittelfeld. Beziehungsweise haben wir die Abwehr schon aufgestellt. Haben wir überhaupt schon was gemacht? Anscheinend ja nicht. Okay. Gut. Dann stellen wir alles noch mal auf. So. Da hätten wir hier Fährmann. Hier hätten wir. Ah. Scheiße. Kirchhoff. Ich mach am besten mal hier Qualität. Nein. Nicht Bronze. Sondern Silber rein. So. Schulz hier hin. Dann kommt hier hin der liebe Herr Perez. Hier hin kommt dieser. Weiß ich nicht mehr. Estrada. Genau. Hier hin kommt Dani Linho. Aber da haben wir glaube ich einen rechten Flügel gekauft. Ja. Ja. So. Rechter Flügel haben wir hier. Komm. Dani Linho. So. Und hier hin kommt Salcido. Auf diese Position kommt der liebe Herr Moritz Leitner. Und hier kommt Alexander Esswein hin. Und jetzt brauchen wir natürlich noch hier dieses Sturm-Duo. Du-Duo. Sturm-Duo. Und. Ja. Da gehen wir jetzt wieder in eine andere Liga. Beziehungsweise. Das ist das was ich vorhin schon angesprochen habe. Da werden wir verschiedene Pärchen testen. Wir werden zum Beispiel testen. Shikawi. Ich weiß nicht genau wie er jetzt hier weiter geschrieben wird. Aber da ist er schon. Shikawi. Und. Shikawi kostet wie viel? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. 4.000. Wäre schön. Aber ich glaube er kostet es auch schon wieder mehr. Na. Ja. Ich glaube 5.000. 6.000. Ich weiß nicht. Machen wir erstmal 5.000. Machen wir hier mal Silber. Ne. Gibt immer noch keinen. Schade. Machen wir 5.000. Ne. Alter Vater ey. Ja. Ja. Die hätte man sich alle so schön zum Team auf die hier richtig billig holen können. Jetzt sind die alle wieder. Wat weiß ich wo. Im Himmel. So. 6.500 gibt es aber doch. Und ja. FIFA wollte es mir einfach wieder mal nicht anzeigen. Wie man es kennt. So. 6.4. Jo. Gut. Und dann haben wir hier sogar 6.3. Gut. Hier. Dann nehmen wir gleich einen Stürmer. Weil wir wollen ihn eh als Stürmer. Ich nehme einfach den Stürmer hier. Pupp. Gut ist die Sache. Shikawi. Ja. Das ist. Ich glaube mit Neymar der einzige Spieler im Spiel. Mit 5 Stern Skillmove und 5 Stern Weakfoot. Also beides zusammen. 1.89 groß dazu noch. Hochmittel Workrates. 64er Schuss. 58er Kopfball. Ist jetzt nicht der Hammer. Aber er soll ziemlich abgehen. Deswegen bin ich mal gespannt. So. Shikawi. Und um ihn fröhlich zu machen. Müssen wir leider einen Non-Rare einbauen. In diese Variante sozusagen. Es gibt da wie gesagt noch ein paar andere. Und der heißt. Oh wie heißt der nochmal. Scheiße. Ähm. Chirmiti oder irgendwie sowas. Ja. Das ist er glaube ich. Ich glaube schon. Müssen wir mal gucken. Der dürfte eigentlich nicht so viel kosten. Weil der ist Non-Rare. Aber er wird wahrscheinlich öfter mal als Chemie-Hure benutzt. Mal gucken. Ja. Da ist einer. Sehr schön. Auch als Stürmer. Ja. Stell dich einfach um. Gut ist die Sache. Chirmiti ist nämlich gleicher Verein und gleiche Nation. Daher perfekter Link. Und daher freuen sich auch beide und haben volle Chemie. So. Chirmiti. Der sieht jetzt auch gar nicht so schlecht aus. Ich weiß jetzt nicht wie groß er ist. Aber geht ja eigentlich klar. Gehen ja eigentlich klar die Werte. Jetzt kaufen wir uns direkt aber noch das nächste Pärchen. Weil wir haben noch den Herrn Beister. Den wollen wir auch noch mal testen. Mal gucken was der so kostet. Ich weiß jetzt gar nicht was der kostet. Ich mache mal 2,7. Aber ich glaube der ist auch teuer oder? Ich glaube schon. Leider Gottes. Machen wir mal 5,000. Ja. Da kommt schon mal was. So. Gucken wir mal hier. 5, 5, 5. Ja. Okay. 4,7. Also knapp unter 5 rum anscheinend. 4,6 vielleicht auch. Ne. Aber 4,7 gab es. Hab ich gesehen. Zeig es mir. Ja. Da ist einer. Beister Mittelstürmer. Passt. Nehmen wir einfach mit so. Gut ist die Sache. Na. Ja. Ich hab ihn bekommen. Sehr schön. So. Und als Stürmer könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen. Natürlich Lasogga. Aber als allererstes werden wir Lasogga normal testen. Er hat ja auch einen Inform. Und sollte er abgehen werde ich den Inform auch testen. Aber ich hab im Forum hab ich mal nachgefragt. Und da hieß es. Dass Lasogga in Form zwar auch gut ist. Aber nicht. Ja. Den Aufpreis wert ist. Dass der normale sozusagen genauso abgeht. Deswegen. Ich weiß jetzt auch nicht was der kostet. Also jetzt die ganz normale Gold äh Silber Version. Okay. Kostet anscheinend nicht viel. Ne. 1.100 rum. Gut. Das passt natürlich. Machen wir mal hier so auf einen Taui. Äh. Ne. Okay. 1.100 anscheinend dann doch. Alles klar. Und da haben wir einige. Mal gucken hier nochmal schnell durch. Ne. Sind alle 1.100. Und dann nehmen wir uns natürlich am besten einen frischen. Und der ist frisch. Und deswegen nehmen wir mit. Gut ist die Sache. So. Das wären jetzt erstmal zwei Sturmpärchen. Ich hab noch nen anderes im Kopf. Wollen wir das auch noch schnell kaufen? Ah. Ja komm hier. Wir kaufen das andere Sturmpärchen auch noch. Weil das sieht auch ziemlich nice aus. Und das wäre. Na. Nochmal zurück hier. Alle Filter raus. Das wäre zum einen Wanderson. Oder Wanderson oder was weiß ich. Wanderson. Da ist er. Keine Ahnung was der kosten mag. Ich mach einfach mal Tausender. Spielt jetzt nicht in der beliebtesten Liga. Deswegen. Hat eigentlich ganz nice Werte. Also einen echt strammen Schuss. Ist 1.80 groß. Und hat jetzt zwar keine Skills für einen Brasilianer. Aber. Ja. Der kostet ja mal ganz und gar nichts. 650 gab es auf jeden Fall. Ja. Komm. Nehmen wir den hier mit. 650. Und der braucht jetzt natürlich auch noch einen Partner. Und der heißt. Erstmal jetzt hier den wegstecken hier. Ha. Immer mal einen wegstecken. Gehört dazu. So. Komm jetzt Wanderson Junge. Bist du wieder am Wandern oder was? Ha. Der war schlecht. So. Komm. Wanderson ab im Verein. Und jetzt noch den letzten Spieler. Dann haben wir es aber auch geschafft für diese Episode. Ich glaube geht schon 40 Minuten oder so. So. Komm. Geh mal raus hier. Na. Pushen. Danke. So. Hier weggehen. Und der andere heißt. Ah. Den muss man so komisch eingeben. Ari. Ja. Ach doch. Doch. Da ist er doch. Hm. Okay. Bei Footage stand es wäre schwer den zu suchen. Aber. Das fand ich jetzt ganz und gar nicht so schwer. Muss ich sagen. So. 1500 vielleicht. Na. Na. Bitte schweiß mich nicht wieder raus. Ich habe jetzt keine Lust nochmal neu aufzunehmen. Also nochmal zu cutten. So. Jetzt haben wir aber da welche gefunden. Und da sind jetzt irgendwie wieder ganz ganz viele. Die er eben noch nicht so gezeigt hat. Machen wir mal 1.6. Er ist glaube ich normalerweise Mittelstürmer. Wir brauchen ihn aber als Stürmer. Und deswegen vielleicht mal gucken ob wir direkt einen Stürmer finden. Machen wir mal ST. Weil ich glaube ich habe eben schon Stürmer gesehen. Dann müssen wir nur noch ein bisschen hoch gehen. Machen wir 1.9. Hey. Ich hatte doch eben Stürmer gesehen oder? Ja. Okay. Hier sind welche. 2000. Okay. Alle kein Chemistry Style. Also nehmen wir einfach. Boah. Der hier. Ah. Wir haben ja Verträge. Nein. Wir haben Verträge. Also nehme ich den günstigeren. So. Ari als Stürmer. Ab mit dir. Ich denke mal die Chemistry Styles bereden wir vor dem nächsten Spiel. Beziehungsweise vor dem nächsten Spiel mit dem Silber Team nochmal. Weil wenn wir jetzt auch noch die ganzen Chemistry Styles drauf klatschen. Dann sind wir bei 50 Minuten. Und ich labere euch ja jetzt schon 40 Minuten ein hier. vor das Bein oder wie man das nochmal sagt. Keine Ahnung. So. Ich zeige euch das jetzt aber nochmal schnell. Dass das auch alles so klappt wie ich es euch gesagt habe. So. Dann machen wir nämlich jetzt hier mal auf die Bank. Qualität Silber. Na. Komm. Bitte. Schnell. Ein wenig schneller. Und so. So. Wanderson. Dann Ari. Das Schöne an diesem super Pärchen ist auch. Das sind sogar beides 74er. Das ist natürlich ganz nice. Lasogger und Beißer. Äh. 73, 74. Ist jetzt auch nicht schlecht. So. Ne. Der ist falsch. Den brauchen wir nicht. So. Den hier brauchen wir noch. Und jetzt kann ich euch das gerne zeigen. Wanderson. Der soll hier Mittelstürmer und Ari nach vorne. Wegen den Work Rates. So. Alle volle Chemie. Hier wie gesagt. Er kriegt noch die Mittelstürmer Karte. Dann haben auch alle volle Chemie. Dann Ilinio. Hier kriegt auch noch seine rechte Mittelfeld Karte. Damit er auch die Fresse hält. Und alles gut ist. So. Das klappt also schon mal. Dann die nächste Variante wäre mit Beißer und Lasogger. Gibt natürlich auch volle Chemie. Gerade weil wir auch noch hier. Deutsche mit im Team haben. So. Und dann gibt es noch die letzte Variante. Und das wäre mit. Na. Schickaui. Und. Dem lieben Herrn Cermiti. Da spielen wir halt einfach immer nur mit dem perfekten Links. Und auch hier volle Chemie. Cermiti braucht halt auch noch hier seine Mittelstürmer Karte. Das mache ich aber noch alles im Einzelnen. Und dann haben alle volle Chemie. Und ja. Wir können sozusagen Spaß haben. Ich muss mal gucken welches Team wir als erstes spielen. Vielleicht sogar hier mit Chickaui und Cermiti. Mal gucken. Weiß ich noch nicht so genau. Aber das wäre es jetzt auch gewesen. Also bevor ich es jetzt noch länger mache. Freut euch einfach auf das nächste Spiel. Und ja. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja. Lasst einfach ein Like da. Schreibt was in die Kommentare. Und kommt natürlich in meinem Forum vorbei. lpmassive.de Ich erwarte euch dort. So. Das wäre es von mir gewesen. Macht's gut. Ciao.